3, 2, 1, Safety. So lautet das Startsignal der Kindersicherheits-Olympiade des Zivilschutzverbandes. Bei diesem Teambewerb für Volksschüler der dritten und vierten Klassen stehen Spiele auf dem Programm, in deren Rahmen die Kinder nicht nur ihr vorhandenes Sicherheitswissen testen, sondern auch ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen können. In der Zivilschutzverband Steiermark richtet die Kinders-Olympiade deswegen aus, damit die Kinder geschult werden, spielerisch geschult werden auf das Thema Sicherheit. Und das jetzt aber nicht nur heute beim Tag der Veranstaltung, sondern das ganze zweite Semester. Schauplatz dieses vom Zivilschutzverband Steiermark und Regionsleiter Günther Macher ausgetragenen Bezirksbewerbs war das Kommt-Zentrum in Leitersdorf. Ja, man ist sichtlich sehr stolz und es war ein beeindruckendes Erlebnis, wie die zwei Geburtstagskinder heute die Olympische Flamme hier in der Halle im Kommt-Zentrum entfacht haben. Die Spiele starteten mit einer tollen Eröffnungszeremonie. Nach dem feierlichen Einzug der teilnehmenden Klassen wurde das Olympische Feuer entzündet und natürlich auch der Olympische Eid gesprochen. Im Anschluss eröffnete Bezirkshauptmann Alexander Meizang offiziell die Sicherheits-Olympiade. Ja, es ist einfach ganz wichtig, dass Kinder auch schon lernen, spielerisch mit der Sicherheit umzugehen und sie werden es auch in Zukunft brauchen. Und es gibt ja dieses alte Sprichwort, dass Hänze nicht lernt, lernt, tanzt nicht immer mehr. Und ich glaube, Kinder sind besonders aufnahmefähig, sind besonders sensibel und erkennen auch Gefahren. Und so eine Kindersicherheits-Olympiade trägt sicherlich dazu bei, unsere Steiermark auch noch sicherer zu machen. Im Vordergrund dieser Spiele steht aber nicht der Wettkampfgedanke, sondern die große Chance, durch Spiel und Spaß bewusst Selbstschutz zu erlernen. Ja, also wir sind jetzt im 18. Jahr dieser Tour. Wir sind auch das 18. Jahr Partner dieser Tour. Und wir haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr investiert in die Kinder, damit Kinder von vornherein wissen, was ist Sicherheit und was ist Gesundheit. Das den Eltern weitergeben können, weil gerade im Berufsleben dann der fertige Erwachsene ein Sicherheitsdenken oder ein Nichtsicherheitsdenken hat. Beim Safety-Spiel für Lebensretter galt es mit der richtigen Beantwortung von Sicherheitsfragen viele Punkte zu sammeln. Gefahrensymbole von gefährlichen Stoffen zu erkennen, das war die Aufgabe beim zweiten Spiel, dem Würfelpuzzle. Beim Radfahrbewerb ging es nicht nur um Geschicklichkeit, sondern auch um die Kenntnis der wichtigsten Notrufnummern. Der Kinderlöschbewerb bildete den Abschluss der Sicherheits-Olympiade. Hier war Kraft und Zielgenauigkeit gefragt. Im Jahreskreis des Zivilschutzverbandes ist die Safety-Kindersicherheits-Olympiade das Aushängeschild. Und man kann gar nicht früh genug beginnen, dieses wichtige Thema, den Burschen und den Mädchen heranzuführen. Die Sieger der Bezirksbewerbe dürfen beim Landesfinale in Kapfenberg antreten. Auf die Landessieger wartet schlussendlich der Bundesbewerb in Wiener Neustadt. Doch wie bei den echten Olympischen Spielen ist dabei sein alles. Denn Sieger ist jeder, der in Sicherheitsfragen Bescheid weiß. Untertitelung des ZDF für funk, 2017